...durex durch das Mori. Wen bockt's abhaken, oder Mori? Ich weiß nur, dass ich schon wieder diese scheiß Pale Rose... ...ich hasse den Sumpf, ich mag ihn nicht. Ich möchte bitte nicht den Clown haben, dann knackt das im Musel, wenn der auf den Kopf kommt. Nee. Dann knackt's. Hallo! Ich hätte gern die Nerds mit Mori. Wie geht das? Es ist ein Trickster. Ja, oh, das geht auch klar. Äh, nee. Trickster. Also bei Mori geht's klar, alles andere bitte nicht. Ist das auch so ein räudiger Killer geworden? Ich hab eine grüne Schlüssel gefunden und einen Corrupted Gen. Mensch, läuft für mich. Wieso? Hast du das gesehen, Brina? Nee, ich hab grad der Autofall, die ist auch gefragt. Oh. Der ist an mir vorbei gelaufen. Weil ich mich im Huhngras versteckt hab. Dann hat er mich aber irgendwie gesucht. Und ich hab gedacht, er hat mich gesehen und ich bin gegen ihn gelaufen. Bin dann so quasi parallel mit ihm zusammengelaufen. Wir haben keinen Ruinen. Ich, ich geh zu Becky. Er hat sich ein neues Messer geholt. Er hat sich selber exposed. Mhm. Ich bin der Busch. Mhm. Ach nee. Das hab ich auch daneben gedacht. Hat nicht funktioniert. Er ist oben bei der Killer Shack. Wir schaffen das. Gehst du hin? Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir sind nicht auf der Baumeister. Aber ich hab das Perk dabei. Das wollte ich damit sagen. Ich hab dich versch... Ja. Hat mein Gen gekriegt? Hat keinem, äh, Pops? Ich weiß nicht, wo er hin ist. Er ist wieder bei der Pale Rose. Du willst mich doch veräppeln, oder? Wie war das mit der Pale Rose? Die Pale Rose ist im Übrigen, ähm, der Keller. Yippie. Oh Gott. Stammt Bild. Nee. Nee. Ich wollte grad sagen, er hat ein paar mehr abgelassen. Aber nö. Fuck off. Ich hab Standbilder. Vielleicht der Stream? Mhhh. Oh, muss doch einfach... Mhhh. Er hatte, glaub ich, grad seinen Main-Gerand. I think so. Warum hab ich denn jetzt auf einmal so Ruckler? Oh, nice. Wobei der Ruckler mir grad das Leben gerettet hat. Weil er das... Ist Corrupt endlich mal vorbei? Ja. Ich bin wieder bei Becky. Mhm. Ich bin im Schrank. Okay, kein Iron Maid. Cool, cool, cool. Gehen sie weiter. Ich bin nicht da. Er ist oben... Er ist am Steg. Geht auf den Steg. Campt er jetzt? Becky, ich hol dich da jetzt nicht. Wunderbar, wenn der noch hier ist. Er ist immer noch auf dem Steg. Ja. Ich seh's. Ja, er zieht auch in Richtung Becky. Ja. Er campt jetzt. Er wartet jetzt, dass die gemurriht werden können. Ja. Dann lass ihn schenken. Ja, geil. Und ich komm jetzt hier nicht weg. Ich bin auf der Pierrose. Na komm, ich renne mal. Mach hinter ihn direkt mit Jen. Ja, hatte ich gesehen. Ja, das war ja Absicht. Aber er will dich nicht. Er will dich nicht. Er ist bei mir. Alter, was machst du denn zum Blödsinn? Das ist aber kein Sinn von Mori. Nee, nicht wirklich. Upsi. Ich hab doch gar... Das Problem ist halt, nicht mal einen Fairtrade zu bringen, weil da wird sich eh wieder fokussieren. Mhm. Deswegen sagte ich, lass mich hängen. Verliert er mehr Zeit. Und er hat mehr Zeit zum Jens schnappen. Ich glaube, er ist wie ein Anfänger gerade am Meckrand entlang. Das ist ja mal gar nichts. Nein, das war fresh. Was hat der unter? Den Jens von seiner Nase. Ich schieß ihm recht. Der ist fast durch da oben. Frosch ist gar nicht hoch, ja. Der geilste Jet im ganzen Spiel. Der geilste Jet im ganzen Spiel. Der ist weg von mir. Ach du Scheiße. Aber das schon. Ja, da kommt er. Nee. Nee. Er hat doch noch jeder. Der trifft für nix. Gott ist der dumm. Jetzt fühl ich mich blöd, danke. Ja. Ach Becci nein. Das hat Don nicht gesagt. Aber ich hab mich treffen lassen. Er muss nachladen. Ich weiß, wer nicht noch mal tankt, wie er noch nie getankt hat. Ja. Tankt, wie ihr noch nie getankt habt. Janis, drei Viertel. Hast du Agro? Don? Nö. Natürlich nicht. Ich glaube, der wird Don auch nicht alleine... Also, der wird's nicht weg jetzt mit Don. Hatte ich mir die Bote. Ich bin gehalten. Hä? Mit Shake. Wie ist das gemacht? Mittendrinne? Während der Chase heilt. Mit Shake. Der hat auch sowas von Nö dabei. Uah, fuck off. Der hat keine Nö dabei. Das war ein Backclip. Ich hab's gesagt. Ich glaube, der sieht dich, wenn du zu einer rangehst, oder war das nicht so? Nein, das ist nur bei Blood Warden. Nee, du kriegst die Notification, welches Tor. Das heißt, wir müssen dann beide Tore. Wir müssen mal abwarten. Der würde zu dem Tor kommen, weil das ja weiß. Nö. Nö. Der Camp wird hier campen. Noch weiß er es nicht. Wir haben ja nicht angefasst. Boah, ich hab das Tor gewonnen. Ja, geht. Nachladen. Ich hab das Tor angefasst. Natürlich weiß er das. Wie denn? Deswegen. Es ist doch noch No Way Out. Ich krieg doch die neuesten Notification, sobald du ein Tor anfasst bei No Way Out. Genau. Sobald du es anfasst. Ich hab's doch angefasst, deswegen kam doch die Stacheln überhaupt aus. Achso. Shit! Warum kommt der von da hinten? Wie läuft denn der? Was ist Steffi? Boah. Anschluss. Komm. Oh wow. Nöt regelt. Yeses. Möt regelt. Ja. Bin ich jenig, dass er ein zweites Tod ist. Hätte ja Becky nicht schon gemacht, dann hätten wir es geschafft. Was? Bitte keine vier Prozent, ey. Bitte. Weiß mal, weiß mal auch nicht so genau noch. Hebt mich auf, dann zieh ich mal vier Prozent. Becci. Becci. Ach Becci. Steffi. Nicht. Nicht sterben lassen. Schmackpunkt. Ja, unnötig direkt hier, wo ich hänge. Scheiß, die Wand an. Ich seh's. Aber auch noch hin zu dir. Das erklärt's, warum da so komische Wege gelaufen ist. Ja. Dann hätten wir das Tod und Wachung sein, statt zu warten, wenn es so weggeht, ne? Ja. Naja, gut. Ich hab auch gar nicht nach rechts geschaut, ehrlich gesagt. Naja, gut. Es war noch und wir hätten noch ein Stückchen weiter hervorlaufen müssen. Schildhäpern. Nöt regelt. Selavi. Nächste Runde. Doch. Aber er hat keinen gemorrit, ne? Nö, wir auch. Wieso hat er's nicht genommen? Vor allem in Edmund hier. Ihr könnt uns mal fragen. Was heißt...